Wenn man als Laie zu einem epileptischen Anfall kommt, wie kann man helfen? Als Laie kann man eigentlich nicht medizinisch eingreifen, man kann nur die Umgebung absichern, man muss selbst Ruhe bewahren, schauen, dass die Umgebung Ruhe hat, Umgebung sichern, dass es zu keinen Verletzungen kommen kann und den Menschen, der den Anfall gerade erleidet, möglichst in Ruhe lassen, nicht manipulieren an ihm, schauen, dass alle Gegenstände, an denen man anschlagen kann, Gläser etc. entfernt werden, damit es zu keinen Verletzungen kommt und Abstand nehmen von dem, was man früher mal gelehrt hat, dass man einen Gegenstand zwischen den Zähnen gibt, damit es zu keinen Zungenbiss kommt, also das kann gefährlich werden. Einfach den Patienten in Ruhe lassen, schauen, wie es abklingt und dass es zu keinen Verletzungen kommen kann.